Hi und willkommen bei Anadoc. Ich bin Roman, ein Anästhesist mit dem europäischen Facharztdiplom und heute möchte ich euch etwas erzählen über die mündliche Prüfung des EDAIC, wie das bei mir war und vielleicht habt ihr dann auch ein paar Einblicke, wie das geht, weil man findet da sehr wenig Informationen zu. Also, packen wir es an! Auf der Seite der ESAIC, früher war es ja die ESA, findet man halt diese Diploma-Guides und dort wird dann erzählt, wie der mündliche Teil der Prüfung stattfindet. Part 1 ist ja letztendlich eine schriftliche Prüfung, das ist halt eine schriftliche Prüfung, so wie die das gern hätten. Part 2 ist eine mündliche Prüfung und zwar besteht die letztendlich aus vier Einzelprüfungen, zweimal Basic Sciences und zweimal Clinical Sciences mit entsprechenden Schwerpunkten. Da kann man in dem entsprechenden Diploma-Guide sich also alles anschauen. An einem Tag sind das vier verschiedene Prüfungen und man muss in allen vier Prüfungen sehr, sehr gut abschneiden, weil man sonst halt durchfällt. Die genauen Konditionen haben sich ein wenig verändert, seitdem ich das gemacht habe. Also sprich, mittlerweile ist es wohl so, dass jeder Prüfer seinen Prüfling in einer Teilprüfung befragt und befragt sowieso, aber bewertet halt auch mit Punkten und von jedem Prüfer kriegt man Punkte auf sein Konto und am Ende muss man eine gewisse Punktemenge auf seinem Konto haben, damit man die Gesamtprüfung besteht. Das ist ein bisschen verwirrender gestaltet als zuletzt, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, in jeder der vier Teilprüfungen mit jeweils zwei unterschiedlichen Prüfern muss man möglichst gut abschneiden. Das heißt aber auch, im Verlauf dieser ganzen Prüfung hat man Kontakt zu acht unterschiedlichen Prüfern. Und genau, man hat halt zwei Sitzungen am Vormittag, zwei Sitzungen am Nachmittag und zwischendurch gibt es so eine Art Aufenthaltsraum mit so ein paar Schnittchen und wo man sich dann schön verrückt machen kann. Wenn es dann soweit ist, dass man dran ist, wird man aufgerufen, in einen Vorbereitungsraum geholt. Dort kriegt man eine kleine Aufgabe in Vorbereitung für diese mündliche Prüfung, eine schriftliche Aufgabe mit einem Zettel und einem Stift. Dort kann man sich dann schon mal Notizen machen. Nach, ich weiß nicht, zehn Minuten oder was geht man dann in die große Prüfungshalle. Und Prüfungshalle ist da wörtlich gemeint. Alle Prüflinge dieses einen Durchgangs sitzen da in einer Halle quasi nebeneinander und haben dann jeweils zwei Prüfer vor sich sitzen. Das heißt, ich hatte, ich will nicht lügen, aber so geschätzte 20 Prüfer saßen da schon in dem Raum und alle haben gleichzeitig Prüflinge geprüft. Also es gab da jetzt nicht, also in Zürich war das, es gab da jetzt nicht irgendwie einzelne Prüfungsräume, sondern es war wirklich eine große Halle letztendlich, wo alle gleichzeitig geprüft wurden. Tatsächlich war es aber von der Lautstärke her sehr angenehm, obwohl da natürlich ein gewisses Murmel war. Hoch konzentriert, sehr fachlich. Die Prüfer, die ich so gegenüber sitzen hatte, die haben zwar schon nachgehakt und bestimmte Dinge wollten sie auch haben, aber es war trotzdem eine freundlich professionelle Atmosphäre, würde ich mal sagen. Das ist halt eine sehr strukturierte Prüfung, wie eigentlich alles bei der ESAIC. Das heißt, wenn man halt bestimmte Punkte gesagt hat, dann gehen sie auch zum nächsten Thema über. Das ist jetzt nicht rein Larifari und man kann den Prüfer in irgendeine Richtung drängen, wie man es gern hätte, sondern die wollen halt so in eng definierten Bereichen irgendwie ihre Antworten haben oder ihre Erklärung oder was auch immer da. Das ist insofern ganz lustig, weil ich habe halt eine Prüfung gehabt. Das war, ich glaube, im Clinical Teil. Doch, es gab einen Clinical Teil und da war die Frage Nierenversagen, Dialyse, also vor allem Nierenversagen ging es dann darum. Und dann habe ich denen halt alles Mögliche erzählt. Dann haben sie mich gefragt, ja, kennen Sie die Cardigo-Klassifikation für Nierenversagen? Dann habe ich gesagt, ja, klar. Und hatte die lustigerweise wirklich aufgeschrieben auf dem Zettel schon im Vorbereitungsraum, komplett einmal runter, habe den Zettel einmal rübergereicht, habe gesagt, hier, bitteschön. Und dann haben die gesagt, oh ja, es ist gut. Und dann waren irgendwie die Themen weg, die sie prüfen wollten. Und dann kam die Frage, möchten Sie, dass wir Sie noch etwas fragen? Und die Antwort von mir war, nein, bitte nicht. Sonst kommen da noch irgendwelche verrückten Fragen. Und dann haben wir noch so fünf Minuten nett geplaudert. Also sicherlich Ausnahmefall, weil ich zufällig genau das irgendwie vorbereitet hatte in einem Vorbereitungsraum, was sie dann auch ganz genau wissen wollten. Also ich meine, die anderen Prüfungen waren durchaus schwieriger. Aber das zeigt so ein bisschen, wie strukturiert das ist. Also wenn man, das ist der Wahl, was die wissen wollten, dann ist die Prüfung auch eigentlich vorbei. Klar, man kann auch ein bisschen nett plauschen. Die wenigsten werden wahrscheinlich da in diese Situation kommen, muss man auch sagen. Ich war sehr froh, dass das funktioniert hat. Genau. Also und zwischendurch kommt man halt wieder immer dann in diese Wartezone und kann dann da auch durchaus mit anderen Prüflingen reden. Handys sind natürlich nicht erlaubt. Wobei ich schon gesehen habe, dass da mal jemand eine WhatsApp geschrieben hat oder so. Aber im ganzen Prüfungsbereich und so ist das Handy eigentlich völlig verboten. Es wird nachher, wenn alles vorbei ist, kommen die Prüfer auch nett vorbei nochmal in diese Wartezone. Dann kriegt jeder so einen Zettel, Entschuldigung, so einen Brief. Da steht dann das Ergebnis drin. Ja, also es wird nichts verkündet oder eine Liste aus. Man kriegt dann so einen Brief und dann steht das da so drin. Sie haben 100.000 Euro gewonnen oder eben auch nicht. Dann wird dann mit Sekt, ich glaube es war Champagner sogar, wird dann noch ein Glas Champagner angestoßen mit den Leuten, die dann noch bleiben wollen. Bei uns sind relativ viele sehr schnell abgehauen. Aber ich meine gut, es liegt bestimmt auch ein bisschen daran, ob man das jetzt bestanden hat oder nicht. Und eigentlich sind die Prüfer alle sehr nett, muss man einfach sagen. Es ist halt schon eine Prüfung mit ordentlich Tiefgang. Ja, aber ich würde das halt auch, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Es war schon sehr anstrengend, auch die Vorbereitungszeit, relativ lange, knapp anderthalb Jahre. Aber ich finde, es hat mich schon weitergebracht. Und die Prüfung ist halt anstrengend, weil es einfach vier Einzelprüfungen an einem Tag sind. Aber am Ende ist man sowas von froh, wie wenn es vorbei ist. Naja, und wenn man bestanden hat sowieso. Und genau, in dieser ganzen Prüfungsgeschichte, da habe ich natürlich auch viele Unterlagen gemacht, die auf meiner Homepage zu finden sind. Irgendwie so Protokollzusammenfassungen und sowas. Und dadurch ist mein ganzes Homepage-Projekt sowieso entstanden, weil ich ganz viel Kram hatte, wo ich gar nicht wusste, was ich damit noch machen sollte. Weil so ein Zertifikat an der Decke ist halt nett. Aber ansonsten kann man ja in der Praxis da immer nur, ja, dann irgendwie vielleicht alles besser wissen, aber mehr dann auch nicht. Und das ist auch nicht so richtig viel wert. Deswegen versuche ich mein Wissen ein bisschen weiterzureichen. Wenn ihr noch Fragen habt zum DESA, dürft ihr gern, ich sage immer DESA, das heißt eigentlich EDAIC, dürft ihr gern was in die Kommentare schreiben, schreibt mir eine Nachricht über die Homepage oder was. Und ich bin gespannt, von euch zu hören.